Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war gestern im Primark einkaufen und ja, die hatten sehr viele schöne Sachen, aber teilweise war ich auch wirklich ein bisschen überfordert von den ganzen Mustern, von den Blumen und so. Aber ich habe mir dennoch natürlich was gekauft. Wenn ich noch hingehe, dann kaufe ich mir was. Und ja, das möchte ich euch nun zeigen. Einen habe ich mir, ein einfaches Tanktop gekauft, ein weißes. Und ja, einfaches Tanktop, 2,50 Euro. Ich kaufe mir immer wieder Tanktops, weil ich das Gefühl habe, ich verliere die irgendwie. Beziehungsweise die werden mir so schnell dreckig, vielleicht weil ich sie auch fast jeden Tag trage. Dann habe ich mir noch Unterwäsche gekauft und das zeigt nämlich keiner in den Videos. Und ich persönlich eigentlich auch nicht, weil ich das irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es komisch irgendwie. Aber ich zeige euch das ganz schnell. Und ja, die haben 4 Euro gekostet. Und das peinlichste hätten wir jetzt hinter uns. Nun zu den Klamotten. Also ich habe mir praktisch wirklich ein ganzes Outfit gekauft. Also ich habe mir ein Oberteil gekauft. Und das sieht so aus, es sieht ziemlich unspektakulär aus. Es ist einfach ein T-Shirt mit schwarz-weißen Streifen, wobei die Streifen etwas größer und kleiner werden. Und ich habe so ein ähnliches Outfit bei Miss Glamorazzi gesehen. Und ich weiß nicht, sie hat wirklich in einer schönen Statement-Kette getragen. Ich fand das so schön. Und ich habe überall danach gesucht und ich habe in H&M eins gefunden. Aber das war irgendwie vom Aufschnitt her nicht so meins. Und das hier geht wirklich bis zum Hals und sieht wunder, wunderschön aus. Ich meine, es hat 4 Euro gekostet. Und was ich sagen kann, kauft sich auf jeden Fall eine Nummer größer, also kleiner, als eure eigene Größe, weil es doch sehr stretchy ist. Und ich befürchte, wenn ich es wasche, wird es weiter ausgeleitet werden. Und ja, es hat 4 Euro gekostet. Dann habe ich mir ein Cardigan gekauft. Und zwar einen weißen. Moment, muss ich kurz warten. Der sieht so aus. Also eben mit diesem löchrigen Muster. Vorteil ist, der ist absolut nicht kratzig. Der ist wirklich mega soft. Und das Beste kommt jetzt. Der war von 12 Euro auf 5 Euro reduziert. Und es hat es noch, glaube ich, in Schwarz gegeben, wobei in Schwarz, ja, schon fast die Hälfte weg war. Und ich war, in Weiß fand ich es auch wirklich viel schöner, also viel sommerlicher. Und dann hier auch noch Knöpfe und ja, 5 Euro. Dann als nächstes habe ich mir High-Waisted Shorts gekauft. Also High, also bis zu, bis zum Bauch, bis zur Taille. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt übersetzen soll. Also Shorts, die einfach bis zur Taille gehen, also praktisch über euren Bauchnabel, also euren Bauchnabel praktisch verdecken. Und die sehen so aus. Die haben hier halt diese kleine Risse. Wobei ich es gut finde, dass man die Risse, also wie man sehen kann, man kann die sehen. Aber, wenn man die Hosentaschen nach unten zieht, sieht man gar nichts mehr. Und diese Shorts sind wirklich an der Grenze zum, ja, wo der halbe Arsch rausschaut. Also es ist wirklich an der Grenze. Würde ich die mir noch weiter hochziehen, dann wird man wirklich die ganzen Backen sehen. Und, ja, das muss echt nicht sein. Es ist also wirklich an der Grenze. Wobei ich jetzt noch ein bisschen runterziehen werde. Aber es geht noch. Und, ja, ich finde die mega, mega, mega schön. Und ich wollte die mir schon letztes Jahr kaufen. Aber letztes Jahr waren irgendwie, gab es nicht so eine Vielfalt wie dieses Jahr. Und, ja, die haben im Moment 13 Euro gekostet. Und die könnt ihr in eurer Größe kaufen. Also die passen auf jeden Fall. Dann als nächstes, also das war jetzt magisch mein ganzes Outfit. Als nächstes habe ich mir noch Schuhe gekauft. Und zwar habe ich auf Asos solche ähnlichen Schuhe gesehen. Wobei die auch nicht aus echtem Leder waren oder sonst irgendwas. Und die haben 28 Euro gekostet. Ich habe echt überlegt, ob ich die mir kaufen soll. Weil es sind halt wirklich keine Schuhe, die man unbedingt haben muss. Aber ich fand die irgendwie so ansprechend. Und, ja, dann war ich halt gestern im Primark und habe ähnliche gefunden. Und genau die, die ich wollte. Ich hatte die mal vor, glaube ich, sieben Jahren, als ich noch in der Schule war. Damals noch, der war, glaube ich. Und die sehen so aus. Es sind einfach ganz normale Sandalen. Also, ja, Sandalen, würde ich jetzt sagen. Ich wollte schon sagen Sandalen-Ballerinas-mäßig. Aber es sind ganz normale Sandalen. Sehr schön, finde ich, in diesem Cognac-Ton, wie ich finde. Und die Farbe passt auch nicht zu allen, zu Jeans. Sieht, glaube ich, immer gut aus. Und die habe ich mir eine Nummer kleiner gekauft. Ich habe Größe 40 und ich habe die mir dann in 39 gekauft, weil hier oben ich so viel Platz hatte. Und da es ja auch so löchrig ist, sieht man das natürlich. Und was ich am besten finde, ist, dass sie halt diese Schnalle hier haben, also praktisch dieses Band hier. Das wirkt irgendwie so filigran, finde ich, so delikat auf eurem Knöchel. Und deswegen mussten die auch unbedingt mit. Und die haben, jetzt kommt der Preis, nur 11 Euro gekostet. Und für vergleichbar ähnliche auf Asus 28 Euro. Ich weiß nicht, wo sie den Preis begründen. Wobei die eher in der gleichen Fabrik hergestellt werden. Also von daher, ich verstehe es echt nicht. Aber nichtsdestotrotz. Dann kommen wir noch zu Schmuck. Und ja, da bin ich ein bisschen durchgedreht. Ich habe mir zum einen Ohrheil gekauft. Also diese kleinen feinen Ohrstecker, die ich auch jetzt habe. Und das sind jetzt diese hier. Ich komme mal ein bisschen näher. Es sind eben neun Stück und die haben 2 Euro gekostet. Ich finde die wunderschön. Also wie man sehen kann, die gibt Herzen, Dreiecke, Blumen. Einen kleinen Ohrstecker, die ich mag. Ich trage sehr gerne kleine Ohrstecker, weil ich die sehr delikat finde. Und ich finde, die passen zu allen. Und es wirkt nie irgendwie, ja, über drüber, würde ich jetzt sagen. Dann habe ich mir, oh, nicht Ohrheil, Ringer gekauft. Und zwar diese Midi Rings. Ebenfalls 2 Euro in der Größe L. Ja, in der Größe L. Und ich trage hier 2 schon mal. Auf einmal dieser Möchtegern nicht endende Pfeil. Und dann einfach ein schnicknormaler Ring. Silberner Ring. Genau, so war das. Dann sind hier noch so ein überkreuzter und einer mit einem V, der nach unten geht. Wobei ich den sehr schön finde, weil ich mich immer an diese amerikanischen YouTuber erinnere, die halt diese Ringe schon tragen. Beziehungsweise einen englischen, wobei ich bei einer englischen YouTuber zum ersten Mal diese Midi Rings gesehen habe. Und seitdem total den verfangen bin. Dann habe ich mir 2 Käppen gekauft. Zum einen die Kette, die ich heute trage. Und zwar ist es so eine dreigliedrige Kette. Ich stehe mal auf. Und zwar ist hier eine Schleife. Ich schleife, ups, ein Gänseblümchen und einfach halt so ein Steinchen mit einem Herz. Ich finde die wirklich, wirklich sehr schön, sehr edel. Ich finde sie nicht überdrüber. Die passt auch zu allem. Und es wirkt halt auch nicht so, wie soll ich sagen, überdrüber halt. Einfach nur ganz leicht delikat. Und ich stehe in letzter Zeit wirklich auf so kleinere Ketten, die halt nicht so boom sind. Obwohl, ich habe mir auch eine Statementkette wie immer gekauft. Und, ach ja, das hat 2 Euro gekostet. Und ich habe mir als letztes Stück von diesem Haul eine Statementkette gekauft. Und zwar diese hier. Aus, ähm, ja, weißen Silberstudien hier. Wobei Silber das auf jeden Fall nicht ist. Das hat 4 Euro gekostet. Und die sieht halt so aus. Erinnert mich ein bisschen, ganz ehrlich. Die Form erinnert mich an so einen Tausendfüßler. Also, wirklich an einen Tausendfüßler. Und, äh, die ist halt so ein bisschen hier eingerissen. Also so, weißt du, so kleinere Stempelchen. Ach, so sieht man es besser. Und die passt auch zu allen. Die ist halt auch nicht, die ist zwar eine Statementkette, aber nicht zu boom in your face. Sondern die kann man wirklich, glaube ich, zu allen tragen. Und, mein Gott, für 4 Euro kann man das sich echt nicht beschweren. So, das war mein kleiner, aber feiner Primarkol. Wie gesagt, ich habe irgendwie ein ganzes Outfit zusammengestellt. Das Einzige, was mir gefehlt hat für dieses Outfit, war ein BH. Aber, nichtsdestotrotz, äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war eine lange Zeit nicht in Primark, daher war ich auch ein bisschen überfordert in den ganzen Sachen. Und das alles insgesamt hat mich 45,50 Euro gekostet. Was ich okay finde und, ähm, was ich aber auf jeden Fall noch machen muss. Ich werde mir noch so T-Shirts kaufen, wie dieses hier. Und, oh, jetzt fällt es an zum Regen. Na toll. Und, ähm, sorry. Und, ja, weil die kosten nur 4 Euro. Und ich finde die wirklich, die Qualität ist wirklich sehr gut. Ich finde sie super weich. Ich werde sie auch jetzt waschen, damit ich sehe, wie es ist. Und, ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst einen Daumen hoch. Ähm, abonnieren ist Wilma kostenlos. Und, ja, bis zum nächsten Video.